Ja Freunde, hier bin ich wieder. Hier ist der Mann der Gute Laune. Hier ist euer Gute Laune. Wo befinde ich mich? In Skandinavien. Und was sehen wir hier? Die Raftingbahn ist da hinten. Natürlich nicht im Betrieb bei den Temperaturen. Und da wo im Sommer einst Wasser ist, der See, ist jetzt eine Eisbahn. Also richtig geil. Ihr seht es da, wo der See ist. Es ist klassisch gemacht. Es ist weihnachtlich. Da hinten sind die Jungs, die bauen Pirat in Batavia in Kürze wieder auf. Ja, es ist ein Hammer. Mal gucken, was es noch so zu entdecken gibt. Ich selbst kenne den Park, eigentlich seit ich klein bin. Aber wenn ich das hier sehe, alles mit. Karus hält die Achterbahnen vorn. Es ist also nicht so kalt, Freunde. Sieht euch trotzdem warm an. Mir hat es vorher fast den Helm zerfroren beim Carcoster. Obwohl es eigentlich in der Kugel ist, aber trotzdem, es war schweinekalt. Wenn ihr das Ganze erleben wollt, kommt vorbei. Ihr werdet den Park, so wie ihr es im Sommer erlebt, nicht wiedererkennen. In diesem Sinne, erst einmal piepipiep, ich hab euch lieb.